so herzlich willkommen leute zu meinem angekündigten deutsch rap commentary ja ich werde euch hier auf jeden fall ein bisschen was von meiner deutsch rap geschichte erzählen ich höre schon seit hohe zeiten deutsch rap und ja mittlerweile gar nicht mehr keine ahnung irgendwie habe ich den bezug verloren und auch die neuesten sachen die so rauskommen die sind nicht so mein ding und bevor ich anfange zeige ich euch auf jeden fall hier mal einen aufgeräumten tisch ja ich habe ich habe nicht wirklich so den ordnungsfimmel und bin auch nicht der ordentlichste aber hier zeige ich euch auf jeden fall mal die controller die ich lackiert habe und hier ist der geilste ohne witz die neonfarbe die bern so auch im dunkeln also man weiß direkt genau okay da liegt der controller das auch ja ich werde die auf jeden fall verlosen ich weiß noch nicht genau wie und wann und weswegen muss ich mir noch was überlegen aber auf jeden fall werde ich auf jeden fall auf jeden fall auf jeden fall auf jeden fall ich hoffe mal jetzt bin ich mit dem auf jeden fall durch beim längst überfälligen abonnenten meeting in in dortmund ich habe ja noch keines gemacht werde ich auf jeden fall zwei controller mitnehmen und dann da unter den jungs verteilen ja da freue ich mich auf jeden fall schon ich weiß noch nicht genau wann aber ich werde es auf jeden fall angehen ja ich habe mir so überlegt ich habe hier so eine kiste von cds die habe ich damals beim umzug wie alle in so eine kiste gepackt und unten im keller erst mal verstaut und danach nie wieder raus gekramt ja ich werde jetzt so ein bisschen die cds vorstellen und auch ein bisschen darüber erzählen wie ich so zum deutschrap gekommen bin ja ich habe damals angefangen wann war das also 95 oder so habe ich so die ersten nicht amerikanischen rap sachen gehört das war damals türkisch sprachiger rap von kartell hießen die jungs die waren richtig übel zu drauf ja und dann später irgendwann kam noch deutschrap dazu ja viel viele sachen aus hamburg sind da neu raus gekommen und heidelberg stievertwinds und ja so hat alles angefangen aber ich würde mal sagen ich zeige einfach mal so die cds durch das ist hier city nord hamburger jungs zeiten ändern sich ja auch eine geile platte gewesen und ja danach irgendwie nie wieder was von denen gehört aber auf jeden fall die szene war übelst geil ja die cds sind so ein bisschen übelste verstaubt und verschlissen eigentlich wollte ich die sauber machen und mich schön aufs commentary vorbereiten damit ich auch mal was gescheites erzähle aber ich habe das dann die ganze zeit von mich her geschoben und hatte keine zeit dafür und hätte ich das jetzt weiter hinaus gezögert dann hätte ich das vielleicht ganz vergessen ich habe mir jetzt gar kein commentary kriegt deswegen dachte ich mir ach komm machst du so wie sonst auch freestyle wird schon irgendwie passen ja das ist so eine so eine so eine so eine zusammenstellungs cd vom splash festival ja da sind viele sachen drauf, curse ist da drauf, deichkind, mr schnabel, squareone, kmc, tefla und jaleel hey, hornells die jungs waren so geil ferris mc von äh, aus bremen der war ja früher bei äh, für die die es vielleicht kennen äh, fab hießen die früher, freaks aus bremen die gingen übelst ab ja, ansonsten wer ist hier noch da auf mhm, dynamite deluxe ähm gibt es ja jetzt nicht mehr, ich werde noch semi ansonsten cool sauer schiss mit da drauf die scheiß röhre hier, nervt irgendwie voll so Bricks, das war eine Olle die äh, gerappt hat, auch ziemlich geil äh, ansonsten lucky wie hieß denn die immer naja auf jeden fall, war zu geil hier ist nochmal äh m.o.r das war so eine sache von ähm von cool savash auch ne er hat mit gerappt oder äh ja irgendwie sowas also richtig erinnern kann ich mich an die cd nicht mehr so jetzt kommen wir hier zum ruhegebiet rg die äh maxi eiszeit war einer der sachen die äh schlechter wurden auf jeden fall von rg aber trotzdem nochmal Daumen hoch für die leute die es kennen mhm mhm masterblaster das war so mhm da war irgendwie alles mögliche drauf hier mhm 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 da gab es Schallplatten, Spraydosen und Klamotten und Merchandise und so weiter hat auch einen von den Jungs von Too Strong gehört ja, die waren da auf jeden Fall da haben wir ein bisschen gekratscht war auf jeden Fall eine geile Zeit früher war alles wie so eine Familie große ja, die Firma muss eigentlich jeder kennen richtig geil, ohne Witz also die Platte habe ich kaputt gehört, glaube ich ohne Witz auch für die, die jünger sind ich denke mal was müssten die kennen da war doch eins die eine genau, das müsst ihr auf jeden Fall kennen die eine oder keine und so weiter ja auf jeden Fall übelste Wraps drauf scheiß auf die O'Klein das war so geil auf jeden Fall wenn ihr Deutschrap mögt und die Platte Infos seht findet, auf jeden Fall kaufen und hier haben wir Curse den habe ich auch wirklich eine Zeit lang 24 Stunden gehabt, glaube ich weil er einfach einen geilen Flow hatte und so über geile Texte ich habe damals angefangen Deutschrap zu hören allein wegen den Texten damals war es wirklich so die Texte waren inhaltlich zu 90% immer vernünftige Sachen drauf und es war nicht irgendwie wie du Hurensohn und du Hurensohn und deine Mutter bläst Nachbars Esel ein und so ein Scheiß ne, es ging wirklich um interessante Sachen so und keine Ahnung also für mich macht das einen guten Rap aus dass man nicht irgendwie so ein dünnsches auf dem Zettel irgendwie vorgetragen kriegt von einem Typen der die fünfte Klasse abgebrochen hat oder sowas keine Ahnung also echt geil ohne Nutz Curse auf jeden Fall geiles Teil hier haben wir nochmal eine Platte von vom Lan auch einer von den Too Strong Jungs der Weg nach oben Real Deal einfach geil also Ruhrgebiet hat wirklich übelste was drauf gehabt was Deutschrap angeht vor allen Dingen auch mit den Jungs hier ABS das war so geil das war so geil weißt du Kreuzfelten Jakob on and on die einfach geil also ihr könnt die Sachen mit Sicherheit auch auf Youtube finden vielleicht nicht vielleicht nur in in der Live Version auf der Bühne oder so weil die Gamer einfach so schwuchtelmäßig ist aber auf jeden Fall gibt die Sachen mal ein auf jeden Fall hier ABS weißt du dann merkt ihr gleich okay das sind geile Typen hier ist auch nochmal so ein Mix Album mit vielen Leuten drauf Stieber Twins massive Töne auch massive Töne und was damals aus Stuttgart alles so rüber gekommen ist die haben auch übelste Sachen rausgehauen in Stuttgart ohne Scheiß eine Zeit lang was Stuttgart wirklich eine Macht hier auch so eine ihr seht ihr mal wie viel Staub hier noch drauf ist schade schade auf jeden Fall hier nochmal eine CW vom Plattenpapst der hatte so ein paar Future Sachen gemacht die Firma Specialists und Afrop mit Vasilisius Kreuzfeld und Jakob bis dein Arsch Kreuzfeld und Jakob auf jeden Fall Thumbs Up für euch ja Coolzabash mit King of Rap war auch Killer also ich hab Coolzabash damals noch gehört da hat er hier auf Konzerten immer irgendwie irgendwie ich weiß jetzt nicht wie die Band heißt die den Warm Up macht aber auf jeden Fall war er damals ganz unbekannt und hat da seine Tracks gemacht ja hier haben wir noch Azad war auch finde ich immer noch geil weil er einfach so Mörderbeats hat und so hart float Daumen hoch nochmal was haben wir hier äh ja nicht original deswegen auch nicht sehenswert too strong royal ja ich war sehr Heimat verbunden Drohgebiet ich weiß nicht also ich hab viel kreuz und quer in Deutschland gehört aber Drohgebiet war einfach so tief und dreckig weiß ich nicht also ich hab ich bin auf jeden Fall immer noch total verbunden was haben wir hier die Stiebert Fans Fenster zum Hof wann war das ey 94 95 guckt euch die Tracks an was ich empfehlen kann ist ich muss selber drauf gucken ähm Fenster zum Hof auf jeden Fall das sowieso aber äh allein zu zweit niemals solo da gibt einfach mal die Sachen ein da werdet ihr auf jeden Fall auf gute Sachen stoßen hier haben wir noch ein Album von Cursed hier waren ein bisschen äh ein bisschen traurigere Texte drauf waren ein bisschen mehr ging es um Liebe und so aber auch ein geiles Album gewesen ja hier ist mal so ein englischer Eminem ja hier ist mal so ein englischer Eminem ja hier ist mal so ein englischer Eminem finde ich auf jeden Fall äh von den von den englischen Raps her finde ich den auf jeden Fall auf jeden Fall unter den Top 5 massive Töne Stuttgart auf jeden Fall ähm da haben die auch richtig geile Sachen gebracht wurde dann wie die ganzen anderen Sachen irgendwann zu mainstream und zu äh offensichtlich und keine Ahnung das hat irgendwann nicht mehr gerockt und dann sind die auch von der Blindfläche verschwunden hier nochmal äh Curse nochmal die Firma Wildstyle das war so ähm aus den 80ern Filme über Breakdance und Graffiti und so und hier ist halt der Soundtrack ja hier hat äh äh Cool Savage angefangen der ähm hat bei West Berlin Maskulin angefangen glaube ich und zusammen mit Taktos der ist hier zu sehen ja Battle Kings ja auf dem auf dem Album oder generell ganz ganz früher Cool Savage fand ich der hat wirklich zu viel geflucht der hatte auch schon früher einen geilen Flow und so aber der hat wirklich unterbrochen ganz heftige Sachen hier nochmal Dynamite Deluxe semi Deluxe ähm ja war irgendwann cool und dann wieder nicht und dann wieder doch keine Ahnung ja ist auf jeden Fall mal jemand der retten kann aber war nicht wirklich mein Ding irgendwie hier haben wir nochmal Specialists aus Berlin Harris und Ferris glaube ich wie hießen die ja habe ich das Album habe ich mir damals geholt war okay äh aber kein äh Stern am Himmel oder sowas nochmal Dynamite Deluxe so jetzt sind wir bei Jan Deluxe angekommen äh das ist seine Original Unterschrift und wie ich zu der Deluxe gekommen bin ja es gab früher mal ganz ganz früher eine Sendung auf MTV die hieß MTV Select und da konnte man anrufen sich Lieder wünschen und so und da habe ich ein paar Mal angerufen und ja einmal war Jan Delaine äh im Studio und äh an den konnte ich eine Frage stellen und dann habe ich die CE bekommen ja MC René Renovolution uralt wirklich uralt das sieht man auch hier drin ja ja hier haben wir Torch auch einer der übelsten äh übelsten Rapper der vielleicht nicht der flowieste Rapper ist aber von den Texten und von der Lyrik her auf jeden Fall äh ein Deutschrap-Urgestein wie soll es auch anders sein Too Strong mit Silurin drei Bekloppte ha 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 einfach zu geil wie allein der Track hier Rabenschwarzes macht Bombe eigentlich wirklich Bombe wie bin ich nochmal im Spiegelbild was geht ja einige wissen immer noch nicht dass ich mich schon längst in tausend Videos gezeigt habe und man die auch auf Youtube sehen kann und ähm naja Kreuzwölk und Jakob ein übelst geiles äh Album wirklich zieht euch die Sachen rein hier lass die Puppen tanzen und Federhandschuh Burnertrack mit Savas zusammen das ist äh schon so alt das der Track ist schon so alt aber wenn ihr den hört der burnt echt alles weg was momentan irgendwie kreucht und fleucht einfach Kopfhörer aufsetzen voll aufdrehen Federhandschuh burnert sowas von ohne Witz ja was habe ich hier noch ja das war die andere CD die ich bei MTV Select gewonnen habe da war ein Outcast da haben die auch unterschrieben einmal da und einmal da so fresh so clean keine Ahnung ich mag den Track jetzt nicht weil ich die CD gewonnen habe aber auf jeden Fall irgendwie wenn ich am Duschen bin und der Track läuft ich will jetzt gleich ja jetzt habe ich nur noch eine Sache hier äh FK All Stars Freundeskreis habe ich auch damals wirklich kaputt gehört äh mit Max der wirklich von 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 Texten her und ähm von allen anderen Sachen wirklich Max Herre der wirklich so geburnt hat so ein Flow hatte keine Ahnung schade dass er ähm zum Schluss hin irgendwie zu äh in einer ganz anderen Musikrichtung gewechselt ist auf jeden Fall als Rapper Rapper hat er übelst was drauf gehabt schade drum ja ich das war's das war meine Geschichte meine Deutschrap Geschichte ähm ein paar ZLs habe ich nicht mehr weil ich die irgendwie verschenkt oder verschenbelt habe oder sonst irgendwas aber auf jeden Fall ja wie in allen anderen Sachen Deutschrap war früher geil und jetzt geht steil bergab oder so keine Ahnung ähm ähm ja also das was momentan draußen ist ähm kann ich nicht wirklich hören und ich habe ja letztens mal so ein ähm ähm äh halt einer meiner Lieblingstracks mal vorgestellt hier in dem Commentary glaube ich Crow war das und da kam direkt eine Diskussion hoch die schon so uralt ist und die ich damals selber als 15 jähriger genauso gemacht habe mit von wegen er ist kein richtiger Rapper und so und äh der soll mal aufhören zu rappen der soll mal hier äh Pop machen oder sowas und richtige Rapper machen so einen Scheiß nicht und ja das ist so eine Diskussion die habe ich damals genauso gemacht ähm wie Rapper um die Ecke kamen wie zum Beispiel hier äh Sammy Deluxe Sammy Deluxe war für mich irgendwie äh als Kiddy auch kein richtiger Rapper der hat mich auch abgefuckt und ich habe auch mit Kumpfels gestritten und so und äh äh richtiger Rap muss äh hart und tight sein und nicht hier so einen schwulen Gelaber aber ihr werdet auf jeden Fall irgendwann zur Einsicht kommen dass auf jeden Fall Rap tausend tausend Gesichter hat und Rap kann wirklich in jede Richtung äh Richtung gehen und Hip Hop kann in jede Richtung gehen deswegen äh macht es auf jeden Fall nicht so dass ihr euch äh Grenzen setzt in der Musik dass ihr sagt okay der Typ ist äh scheiße deswegen ist auch seine Musik scheiße und deswegen wird er auch immer scheiße bleiben und so seid auf jeden Fall keine äh keine äh Musik Nazis so hört hört euch äh gibt jeder Musikrichtung eine Chance hört euch die Sachen an ihr müsst ja keine Fanboys von der Musik werden aber äh keine Ahnung hört auch mit diesem was ist tight und was ist nicht tight und ähm ähm keine Ahnung keine Ahnung also ja was soll ich sagen also ich hab früher auch so Sachen gehört wie Bushido und so ähm wann war das sein erstes Album von Bordstein zu Skyline äh von Bordstein zu Skyline äh fand ich richtig geil hab ich auch ein paar Wochen gehört und so aber irgendwann äh keine Ahnung wo die neuen Sachen raus kamen und wo er dann einfach nur noch über Scheiße gelabert hat fand ich es nicht mehr so cool deswegen unterscheidet immer zwischen äh 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 keine Ahnung Texte finde ich unheimlich wichtig in äh äh in Raps und äh äh Beats und so und ich kann auch wirklich jede Musikrichtung hören ich kann sogar Schlager hören und äh keine Ahnung also ihr braucht euch nicht zu schämen wenn ihr irgendeinen äh Musiktrack geil findet und äh äh ja ich will euch auf jeden Fall nicht voll labern ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein Commentary aufnehmen weil das ist ein wichtiges Thema das ich ansprechen will und ja ich hoffe es hat euch gefallen falls ihr noch Fragen habt wegen der Mucke und so schreibt auf jeden Fall in die Kommentare und ja forscht mal so ein bisschen auf Youtube die Sachen die ich euch gezeigt hab vielleicht findet ihr was cooles was ihr noch nicht kanntet und ja das wars von mir machts gut bis demnächst Peace